Im heutigen Video soll es darum gehen, wie ihr ganz einfach bestimmen könnt, wer in euer Auto einsteigen darf und auch Leute ganz einfach rausschmeißen könnt, wenn sie in eurem Auto drin sind und ihr das im Prinzip nicht wollt. So könnt ihr euch auch ganz einfach euer Auto vor Diebstahl schützen, sodass im Prinzip, wenn ihr gar nicht im Auto drin seid, die Leute gar nicht erst einsteigen können. Dafür müssen wir ganz normal in GTA das Interaktionsmenü öffnen, gehen dann auf Fahrzeug verwalten und auf Fahrzeugeinstellung. Wichtig, das Interaktionsmenü öffnen wir mit M und hier können wir einmal dann, wenn wir in dieser Einstellung sind, bei persönliches Fahrzeug räumen ganz einfach die Leute rausschmeißen. Egal wer da drin ist, dadurch, wenn wir das Fahrzeug räumen, werden alle Leute im Prinzip einmal aus diesem Auto rausgeschmissen. Danach haben wir dann noch den Fahrzeugzugang und da könnt ihr entscheiden, ob jeder in das Auto darf, nur Crewmitglieder, nur Beifahrer da rein dürfen. Zum Beispiel die hinteren Reihen sind dann gesperrt, niemand darf da rein und so weiter und so fort. Das Ganze könnt ihr ganz einfach machen und dort einstellen. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, sehr gerne ein Like, ein Abo dalassen. Falls ihr noch Fragen habt, unbedingt in die Kommentare damit und dann bis zum nächsten Mal.